Guten Tag, ich bin Ali Ungar. Ich suche den SS-Sturmbar für den Dr. Kurt Graubner. Ich habe ihn mehrmals angerufen, ihm geschrieben, aber er hat nie geantwortet. Er ist gestorben. Ah, entschuldigen Sie. Ich wollte nämlich mit ihm reden. Dr. Graubner hat meine Eltern erschießen lassen. Mein Vater hat hunderte Menschen erschießen lassen. Warte, dann sage ich danke.